Seelords und Seeladys, heute der Captain Mint Cooler. Ein Rezept, das ich auf einer Captain Morgan Flasche gefunden habe. Genauso wie dieses tolle Glas hier, das ich auch gleich dafür benutzen werde. Ah, ich liebe On Packs. Was brauchen wir für die ganze Geschichte? Erstmal Eis da rein. Eis haben wir geschafft. Jetzt 4 CL Captain Morgan Spiced Gold. Eintracht drüber kippen. Limette rein. Zwei Stückchen, so stand es zumindest im Rezept. Und, also ich glaube an Limette, ehrlich gesagt. Das gibt dem Ganzen nochmal so ein besonderes Mua, so lecker. Und jetzt bevor ich auffülle, noch ganz wichtig. Mint Sprick stand drin im Rezept, also so ein Minzezweig. Nochmal ein bisschen aufschlagen, damit sich hier die Zellen ein bisschen öffnen. So, hopp. Und jetzt auffüllen mit einer Zitronenlimonade. So. Nochmal umrühren. Und fertig ist er. Der Captain Mint Cooler. Den ich jetzt mal original aus dem Glas trinken werde. Prost. Nicht schlimm. Bisschen Captain Nachgeschmack. Aber ansonsten, ganz neuer Sommerdrink. Also, könnt ihr auch. Anstatt Cola. Warum nicht? Ist wahrscheinlich, lass mal gucken. Joa, ähnlich viel Zucker drin. Ist auch der gleiche Getränkekonzern. Aber, ein bisschen frischer halt. Wenn euch das Rezept gefallen hat, ich schreibe es nochmal unten in die Beschreibung. Und das ganze Video überhaupt. Dann gebt mir gerne ein Like. Und ansonsten, schreibt mir gerne, was ihr sonst noch sehen würdet. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020